So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon GO. Könnte man denken, ich habe gerade ein bisschen Psyaur-Rates gemacht mit den kleinen Accounts. Da muss ich mich ja immer ummelden bei den kleinen Accounts, auf den nächsten Account, auf den nächsten. Da ploppt plötzlich diese Meldung auf mit Pokémon GO Sammelkartenspiel irgendwas Coming Summer 2022. Ich habe gedacht, guckst du dir mal an, guckst du mal genauer hin. Und jetzt ist es glaube ich aber anders als ich gedacht habe. Ich dachte jetzt, die machen das so genial, du kannst jetzt in Pokémon GO auch Karten sammeln. Sammelkarten sammeln. Sammelkarten sammeln in deiner Sammlung. Du kannst ja Postkarten sammeln in Pokémon GO. Warum nicht auch Karten sammeln? Dass wenn du ein Pokémon fängst, vielleicht noch eine Sammelkarte kriegst und dann kannst du die tauschen und dann kriegst du shiny Karten. Ist ja eigentlich totaler Quatsch, weil im Endeffekt, ob du jetzt eine Karte von einem Pokémon hast oder ob du jetzt einfach das Pokémon hast in deinem Pokédex oder auf der Hand als Living Deck, sonst was, macht er jetzt vielleicht nicht den heftigen Unterschied. Und Shinies sind auch Shinies und sonst was und keine Ahnung. Aber es ist natürlich nicht so rum, dass das jetzt für Pokémon GO ist. Es geht um das Pokémon Sammelkartenspiel. Das bekommt eine Erweiterung, nämlich um die Pokémon GO Szene. Das heißt, die meisten würden das vielleicht gar nicht interessieren, aber ich weiß trotzdem, das Sammelkartenspiel ist sehr beliebt und es gibt viele Leute, bestimmt auch unter euch, die Sammelkarten sammeln von Pokémon. Außerdem steht es ja auch genauso da. Ankündigung der Erweiterung Pokémon GO des Pokémon Sammelkartenspiels. Also es gibt ja immer so verschiedene Packs, verschiedene Themen, verschiedenes irgendwas. Und dann gibt es irgendwann einfach Pokémon GO als Thema beim Sammelkartenspiel, dass es Sammelkarten gibt im Design. Der Pokémon GO App, der mit Pokestops, Arenen irgendwas dabei, neue Grafiken, Gimmicks, Images, alles hin und her. Und dass das normale Sammelkartenspiel eben erweitert, also die bauen das, diesen Horizont, einfach noch unendlich weiter aus. Deswegen erstmal Frage an euch, wer sammelt Sammelkarten? Wer spielt dieses offizielle Trading Card Game, ja, mit Karten in der Hand? Wer öffnet Booster Packs jeden Tag? Wer hat sogar einen YouTube-Kanal und öffnet Booster Packs? Oder welche YouTuber, die Booster Packs öffnen, guckt ihr regelmäßig und feiert ihr? Und interessiert euch das, wenn es jetzt da einen Pokémon GO-Bezug gibt? Natürlich gibt es nicht nur die Karten, die man in die Hand nimmt. Es gibt ja auch dieses Online Trading Card Game, deswegen sind ja da immer irgendwie Codes mit dabei. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich nicht wirklich da aus. Die PokéHundress Melly, die packt da ja öfters Sachen aus und hält dann immer diesen Code in die Kamera. Ich habe immer gefragt, wozu dieser Code eigentlich ist und alle haben gesagt, das ist für das Online Game. Der Manns Haulwurf hat öfters mal Videos gemacht, wo er halt virtuelle Packs öffnet in seinem Online Game. Der Surprise, Sissurprise, den wir in letzter Zeit öfters gucken bei Chill mit Ramses, öffnet ja auch immer verschiedene Packs, macht auch immer Ankündigungen, welche Packs soll ich als nächstes öffnen, das, das, das oder das. Und jetzt gibt es wohl dann ab Sommer neue Packs beim Kartenspiel in Bezug auf Pokémon GO. Ist vielleicht ganz interessant, sich das mal anzugucken, aber selber würde ich mir die jetzt nicht unbedingt kaufen, beziehungsweise weiß ich nicht. Vielleicht mal als kleines Special sich mal eine so eine Box geholt und sich das mal angeguckt, weil Pokémon GO habe ich ja den Bezug dazu und dann sieht das vielleicht richtig cool aus, wenn das so aussieht, wie es hier aussieht. Wie spielt ihr Pokémon GO und hättet ihr Interesse dran, weil ihr Pokémon GO spielt, euch dann mal so Sammelkarten zuzulegen, die einen Pokémon GO-Bezug haben? Oder sammelt ihr eh Karten und sagt, ich nehme alles mit? Oder sagt ihr weder das eine noch das andere, mir komplett egal, ich mache den ganzen Tag nur Raids, bis die Eier brechen? Hier steht also einfach drin, Trainer, diesen Sommer wird eine Zusammenarbeit zwischen dem Pokémon Sammelkartenspiel und Pokémon GO veröffentlicht. Die Erweiterung Pokémon GO des Pokémon Sammelkartenspiels enthält Karten im Stil der beliebten App. Unten kannst du einen ersten Blick auf das Verpackungsdesign der Erweiterung werfen. Wir denken jetzt mal, es ist Umkehrtag. Wir gehen also hoch und sehen, ah, das so sieht ein Pack aus. Wow, ihr habt ja auf jeden Fall schön so einen Pokestop dabei, ihr habt ja Professor Willow hier an Garados, ein Hytera auf einer Arena drauf, Pikachu, Mewtwo, hier ist so Lavitar-mäßig was, Meistergreef, Grivell. Sieht auf jeden Fall nett aus, finde ich. Ist ein schönes Design von diesem Pack. Weitere Details werden bald veröffentlicht, schau also wieder vorbei, um mehr zu erfahren. Mehr Infos über das Pokémon Sammelkartenspiel, also allgemein, findest du auf der offiziellen Pokémon Sammelkartenspiel-Website. Die steht dann hier und die habe ich jetzt auch mal aufgemacht in einem Extra-Tab und die ist ja so bunt und verworren. Hier seht ihr zum Beispiel Schwert und Schild Fusionsangriff. Ist auch eine Erweiterung mit dem Thema Schwert und Schild Fusionsangriff. Und so gibt es dann neue Karten im Pokémon GO-Design mit dem Pokémon GO-Thema. Hier habt ihr, äh, ja das gehört da zur Erweiterung wohl dazu. Alter Gengar, V-Max, guck dir das an und wenn du da drauf rumwühlst, da bewegt sich sogar die Karte. Das sieht doch eigentlich ganz fresh aus, warum sammelt ihr das nicht? Sammelt das mal mehr. Dann geht ihr hier runter, was gibt es Neues jetzt? Wirf jetzt schon einen Blick auf weitere Karten der Erweiterung Schwert und Schild. Strahlende Sterne gibt es auch, nicht nur Schwert und Schild. Schild, Fusionsangriff, auch Schwert und Schild. Strahlende Sterne, es gibt alles mögliche. Also das ist so ein riesen Universum. Jetzt packen die noch Pokémon GO-Karten da rein. Das neue Pokémon Sammelkartenspiel live ist bald erhältlich. Oha. Beginne dein Pokémon Sammelkartenspiel-Abenteuer mit der Kampfakademie des Pokémon Sammelkartenspiels. Leicht zu erlernen, Spielspaß für alle. Für alle, okay. Können dir Top-Deck-Akademie jetzt anschauen. Videos neu beim Pokémon Sammelkartenspiel. Ah, hier. Guck dir alles an, wie du deine Eltern dazu zwingst, dir alles zu kaufen. Hintergrundbilder runterladen. Das sieht doch schön aus, oder? Also das ist so die offizielle Seite. Hier gibt es einzelne Punkte, hier Erweiterungen, ne? Celebrations, Drachenwandel, schaurige Herrschaft, neuste Erweiterung, vorherige. Also überall hier glänzendes Schicksal, Farbenschock, Weg des Jams. Das sind alles Sachen, die kennt man von diversen YouTubern, die da immer Sachen auspacken. Und zu diesen ganzen Erweiterungen, die ihr hier seht, kommen dann eben eine Pokémon-Go-Kollaboration. Da können sie mal ganz kurz vorlesen. Pokémon Sammelkartenspiel, Meisterdetektiv Pikachu. Natürlich, als der Film rauskam, alles so. Sonne und Mond gab es Kräfte im Einklang. Bunter Gleichgesinnten. Verborgenes Schicksal. Welten im Wandel, auch für Sonne, Mond. Schwert und Schild. Schwert und Schild Clash. Der Rebellen. Flammende Finsternis. Weg des Champs. Schwert und Schild Farbenschock. Glänzendes Schicksal. Ich glaube, manchmal lese ich alles doppelt und dreifach vor. Und hier Kampfstile. Also das ist alles. Wer das jetzt kennt und hört und hat alles schon mal irgendwie. Und das sind die neuesten eben dann. Schaurige Herrschaft, Drachenwandel, Celebration, Fusionsangriff. Und irgendwann wird hier das eben noch Pokémon-Go auftauchen. Was auch wieder ganz andere Karten beinhaltet und beherbergt. Entdecke die Karteninformationen für die Eltern. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Hier erhältlich. Yo, zeig mal. Was haben wir denn? Ich habe bei mir das Einzige, was ich irgendwo in der Nähe habe, ist Müller. Zack. Gehen wir mal auf die Müller-Seite. Wie viel kostet denn der Spaß? Ihr kriegt ein Pokémon-V-Kampf-Deck Mai. Ein Stück sortiert 1749. Oh, da muss ich aber erst mal mit den Eltern reden. Dann habt ihr hier lauter Mist. Und hier, Alter. Das ist auf jeden Fall heidenteuer. Ja, aber Pokémon-Karten haben ja Wert. Außer man sammelt die und behält sie. Dann hat man einfach immer nur Verlust. Außer man wird Millionär, weil man irgendwann seine Karte wieder verkauft. So, das war es eigentlich schon alles. Dazu finde ich auf jeden Fall interessant. Mich würde natürlich interessieren, wie die Karten im Endeffekt wirklich aussehen. Welches Design die haben, was so da, ob sie das wirklich so extrem abhebt. Weil ein Mewtwo ist eben ein Mewtwo. Ob ein Mewtwo so oder ein Mewtwo in der Pokémon-Go-Version. Sieht das jetzt anders aus? Wie ist der Stil? Also schauen wir uns mal an. Wenn es soweit ist. Mal gucken, wer der Erste ist, der sich so ein Pack holt. Und das dann mal vorstellt und dann mal zeigt. Hättet ihr Bock, dass ich vielleicht mal, wenn sowas rauskommt, das mal präsentiere? Oder wollen wir das den anderen überlassen? Schreibt es mal rein. Oder seid ihr selbst interessiert, für euren Kanal sowas zu machen. Sowas mal zu zeigen. Schreibt es mal rein. Und generell, was haltet ihr von dem Sammelkartenspiel? Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Fixes Video spontan entstanden. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.